von nun an geht es was lab ich denn hier eric was sollte das denn ich wollte auch mal so geräusche machen wie du immer von nun an wir sind wieder nun an und damit dann herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir meine lieben freunde mit dabei ist der so wie du immer am anfang da auch noch so komisch dafür stirbt jetzt nein nein ich würde sagen wir schlafen jetzt hier erstmal im bett okay schlaf erst mal im bett meinst du so ist etwa das schlafen oder was ja man muss das bett doch kaputt hauen ich dachte auch letztens erst als ich im real life schlafen gehen wollte da habe ich das bett erstmal kurz und klein geschlagen habe ich gedacht habe ich erst mal voll kaputt gehabt habe ich gedacht das so schläft man dann erst mal auf den boden legen dieses bett das ist so weich heute genau leute wir sind wieder zurück bei den luckyblocks und zwar haben wir diesmal einen luckyblocks wettrennen vorbereitet wie gesagt gegen den eric kommandant von den trieche sag ich mal und wir haben nämlich eine richtig lass mich bitte lass mich ich schlag dich nicht ich tue mir selber leid an und dafür sind wir auf dieser richtig geilen map hier die wurde gebaut für zwei andere youtuber für zwei amerikanische ähm nur für uns baut jemand maps deswegen müssen wir maps klauen ja ne das ist eigentlich traurig lass uns runterspringen äh leute ihr müsst auch für uns maps bauen ok ihr müsst immer klauen von anderen lieben türbahnen ok leute wir sind nämlich auf dieser geilen map die ist auf jeden fall richtig nice wir werden jetzt hier die ganze luckyblocks öffnen und am ende gibt es noch ein battle der extra klasse deswegen bleibt auf jeden fall ganz bis zum ende dran wenn ihr bock habt dieses battle zu sehen und ich würde sagen jetzt geht es los bist du bereit eric wir nehmen jetzt hier noch die kiste ich bin bereit eine besacke und 32 äpfel hier in der kiste ist das hey bei mir ist der hebel nicht hast du den hebel entfernt ja der war in der mitte nehme ich deinen hebel hey ja jetzt kannst du ihn nehmen jetzt kannst du ihn nehmen nein ich will ihn nein ich mach einfach meine tür kaputt komm wir machen die türen einfach kaputt so wie man betten benutzt benutzt man jetzt auch türen ja ok eric bist du bereit dann geht es jetzt einfach mal der instant los 3 3 1 los geht okay ich bin ich tate meine lieben freunde das ist abendlich okay wir haben kein difficulty 0 wir haben kein game rule gg an dieser stelle ich hatte zwei richtig gute sache einen bogen und ein schwert ich bin damit an dieser stelle op geile aufnahme und das Oh mein Gott ich bin runter geschützt Leute, das fängt da schon mal gut an, meine lieben Freunde, ganz geil. Ich hole mir jetzt das Schwert, das reicht doch einfach hier. Ich bin doch kein Vollidiot, easy bon. Was labert der hier? Oh mein Gott. Okay, ich laufe jetzt durch. Ich habe eine neue Potion bekommen, Eric. Ich habe Holzrüstung bekommen. Geil, meine lieben Freunde. Bei mir ist ein Grimm. Ja, verdient es schon eigentlich. Ah! Okay. Oh, ich glaube, das stirbt gerade was ab. Oh mein Gott. Hör bitte auf. Das hat sich gerade so eklig auf Kopfhörern angehört. Benjamin, der schöne Elefant. Allgemein bekannt. Benjamin. Ah, der lebt noch. Scheiße. Was? Was? Du lebst. Tschüss. Wenn du Krieg willst, kannst du Krieg haben. Jetzt. Los geht's. Ich werde dich so töten, Eric. Hallo. Was will der Riese hier? Hallo. Riese. Weck dir mal. Der will doch nur spielen. Der will doch nur. Der will doch nur Sex. Okay. Okay. Well, that escalated quickly. Was labere ich hier? Oh Gott. Hast du irgendwas Gutes, Eric? Ich habe eins Diamant. Ich habe eins Diamant. Oh, da. Ich habe schon ein paar gute Sachen. Oh, und ein Slime. Ich habe eine richtig geile Waffe gerade bekommen. Ein Slime. Alter. Was wollen denn das hier? Mann. Es ist draußen wieder so warm, ey. Es geht echt nicht mehr, bitte. Es ist wie die Familie von den Bollnys. Einfach groß. Ich bin schon bei den Rainbow Lucky Blocks, Leute. Teil den Rainbow Lucky Blocks, meine lieben Freunde. Das ist doch mal hier, was man feiern kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gerade eben. Die ist rausgeflogen. Aber nicht zu mir, Alter. Das wäre ich sowas ein Tod. Oh mein Gott. Da war gerade eine Nuke. Nein. Oh. 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 Nein. Nein. Oh Gott, ich habe überlebt. Mein lieben Freunde. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Zu Recht. Warum machst du sowas mit mir? Ich habe dir gar nichts gemacht. Okay. Hoppa Gangnam Style. Du konntest mich nicht definen. Wie gut, ey. Strengthen den Lucky Leggings. Jawoll. Ich werde so. Leggings, die trage ich nicht, ey. Leggings. Lego. Leggau. Ich wollte irgendwie die Wolltäumischen, aber hat jetzt super funktioniert. Leggau. Okay. Ich ran jetzt zu dir. Oh, Spawnpoint, endlich mal. Hast du auch das schon mit Spawnpoint? Jetzt ist es amtlich. Echt, da ist ein Spawnpoint da hinten? Amtlich, ey. Nur weil du immer zum Amt gehst, ey. Direkt bei jeder Beleidigung zeigt er mich an. Oh mein Gott. Lol, ich habe TLC mit einem Herz überlebt. Echt? Oh mein Gott. Oh shit, wo ist denn das? Wo ist denn das? Nein. Lol, nein, 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 nein. Oh Gott. Wo ist denn das komische? Du weißt schon. Spawnpoint? Ja, ja. Da steht die. Da musst du lesen, sag ich mal. Aber das Schild ist kaputt gegangen. Das Schild ist kaputt gegangen. Ah, dann darfst du nicht. Lesen ist nicht so mein Fall. Dein Hauptgebiet, sag ich mal. Ja, Mann. Nee, Leute, aber ich konnte schon mit vier Jahren lesen. Das ist so zu kleinen Infos für euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich habe damals schon Zeitung gelesen und ja, das war auf jeden Fall das dazu. Ja, ich bin ein Wunderkind, Leute. Damn, Alter, der Junge ist einfach ein Geniet. Man merkt es in jedem YouTube-Video aus. Da ist jetzt eher weniger darüber eingeblendet. Darüber kann man jetzt streiten, sag ich mal. Moment, ist das Video echt behindert, Leute. Behinderts. Das war bei mir die ganze Zeit, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von uns, von unseren Vollstimm-Dummköpfen, dann gönnt euch auf jeden Fall mal ein Like, Leute. Lagt euch mal ein Like da. Ich würde sagen, bei 2000 Likes gibt es direkt die nächste Folge. Ich weiß auch nicht, ich bin richtig komisch drauf, ey. Die Hitze macht mich so. Hey, krass, was der Tipp für Sachen macht. Der ist so abnormal. Asche hat, ach nee. Oh mein Gott, lol. Ist auch gesprengt worden. Ja, ich bin auch gesprengt worden. Ja. Ja, Digger. Nein, meine Kamera ist ausgegangen wegen zu wenig Akku, meine lieben Freunde. Geile Aktion von der Cam, Alter. Schisch. Okay, Leute, der Akku ist wieder back am Start, meine lieben Freunde. Und ich würde sagen, jetzt geht es einfach weiter. Los geht's, abbauen. Erik, ich werde dich im Endeffekt so töten. Jetzt ist mein Bruder. Ich brauche mal irgendwie so eine geile Potion oder so. Irgendwie so was in die Richtung. Ja, wäre mal was Feines. Oder, Erik? Jetzt hat er so eine geile Potion bekommen. Benjamin, du kleiner Elefant. Ich hab ne geile potion bekommen weißt du das und ich so singe dann hab ich ne geile potion bekommen Es ist normales TNT, ach man ey Oh mein Gott, oh mein, lol, da kam ich mehr 1000 Monster raus aus deinem Ding Was war das, Alter? Ein paar Monster kamen raus, ne? Ja, ein paar, ja richtig Ich hab mir Blöcke gemacht, ja wie geil ist das denn? Oh, oh mein Gott Prost Es tut mir leid, okay Leute, es tut mir leid Ich dürfte mich nicht als Vorbild nehmen für explizite Rülpser oder derart gleichen Angelegenheiten, sag ich mal Leute, wer kennt Benjamin Blümchen? Niemand, oder? Überhaupt gar niemand Kennt jemand Benjamin Blümchen von euch? Ich glaub nicht, oder? Das ist so ein bekannter Junge Alter, was hab ich hier bekommen? Rainbow Lucky Sword, meine lieben Freunde Ein neues Rainbow Lucky Sword, das hatte ich noch nie Alter Schwede Erik Er wird sterben Leute, und wir haben gerade, oder wir planen nach dieser Folge auch ein weiteres Projekt, Leute Was einige von uns, äh, was einige von euch, äh, was einige von euch, äh, ein geheimes Geheimprojekt, wo wir nicht zu was sagen Genau, ein geheimes Geheimprojekt, sag ich mal Und zwar, ja, das wird auf jeden Fall nice, deswegen ist halt auf jeden Fall bald, äh, den nächsten, äh, in alter Frische wieder ein, Leute, da wird das Projekt dann bald starten Wieder auf jeden Fall richtig nice Und ich sterbe an Blöcken Und eine Sache wollte ich auch noch sagen Und zwar ist am Samstag, den dritten, neunten, äh, ihr seht es ja hier am, oh Gott Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Oh mein Nein Ihr seht es ja hier am 2.9. Leute Und zwar morgen Um 12 Uhr Morgen ist ja Samstag, Leute, wenn ihr aufgepasst habt Ähm, morgen ist ja Samstag Und deswegen Findet morgen der 12 Stunden Livestream statt, Leute Ihr könnt mir schon mal folgen auf Twitch.tv NuranCrafting GmbH Ähm, da stream ich dann 12 Stunden lang Lucky Blogs und weitere Sachen, Leute Deswegen, ähm, folgt mir auf jeden Fall Und schaut vorbei beim 24 Stunden Stream Ähm, ne Nicht 14 Stunden Stream 12 Stunden Stream, Leute Das wird auf jeden Fall richtig Äh? Digga, was machst du? Äh? Lol, was hast du getan? Okay, Leute, hier geht's jetzt weiter Okay, bist du bereit, Erik? Ich bin bereit, los geht's Los geht's Oh shit Ich bin gestorben Weiter geht's Ich muss gewinnen Ahhhhh Alter, du kriegst Blitz Lol, Alter, du kriegst Blitz Du wurdest am Blitz getroffen, Alter Oh mein Gott Alter, was denn hier los ist Das sind noch minus 100 Das kannst du mir noch nicht verkaufen Dass es hier normale sind Ey, ohne Witz Was ist denn das hier? Alter, nein Ich hab Boots bekommen Voll die Gereisen Meiner Schuhe Oh nein, Alter Bist du schon durch? Ich bin irgendwie durch Aber gestorben Ich hab nen Knopf gedrückt Und dann bin ich irgendwo runtergefallen Was? Oh Gott, warte, ich öffne die hier noch Die drei Oh nein, das ist ein TNT hier Okay Ich reine durch Okay, Leute, wir sind jetzt in der Arena Wir haben uns jetzt ausgerüstet Beziehungsweise wir sind so im Lucky Block drin einfach Aber das ist auf jeden Fall ne coole Arena, Leute Okay Oh nein, Erik Ich seh was I see what you did there Oh, 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 oh shit Und ich würd sagen, wir machen jetzt ein Battle Best of 3 3, 2, 1 und Los geht's Los geht's Ah Lol Nee Tschüss du dich? Alter Schwede Was? Das kann nicht sein Stieb Stieb doch mal jetzt Oh, bei dir ist was kaputt gegangen Ja Bei dir auch, oder? Ich glaub, ja, ja Oh Ich weiß nicht Ich weiß nicht Nee, bei dir ist nichts kaputt gegangen Stieb doch mal, was denn? Warum stippst du nicht? Okay Oh Gott Ich hab mir noch Schuhe angezogen Alter, bei mir ist alles kaputt Ja, dein Helm ist jetzt auch kaputt Ich hab nur noch Schuhe an Aber die sind auch gleich kaputt, denk ich mal Was ist denn das für ein Battle? Das ist das krasseste Battle aller Zeiten Fast Oh Gott Oh, jetzt hast du gar nichts mehr Lol, du überlebst nackt so lange, ey Ich hatte Überpotion Merk's Mann, stirb, stirb Kann ich nicht töten Ich mach gar keinen Schaden Was hast du für den Potion? OP Potion Was ist der eine? Einfach OP Lucky Potion, glaub ich Oh, jetzt ist alles kaputt Jetzt musst du doch sterben Dann kriegst du Schaden, ne, gell? Äh, doch, doch Ich krieg Schaden Echt? Aber du, gar keinen, ey Nö Stirb doch jetzt Stirb doch mal Okay, ich würd sagen Wir beenden das Video auf eine andere Art und Weise, okay? Nein Tu's nicht Ist das okay für dich? I see what you did there Nein Oh shit Ich krieg niemals Schaden, Erik Okay, dann müssen wir das anders bändeln Nein Nein Tschüss Ich lebe noch Zurück Was? Bist du tot? Ja Was? Ich hab's überlebt Das kann nicht sein Oh mein Gott Was? Das war der beste Sieg ever Tschüss Wie ich das einfach überlebt hab Das kann nicht sein, Alter Oh mein Gott Okay, GG Du hast ne Nuke überlebt Ja Oh mein Gott, Alter Ne, okay, Leute Das hat der Erik schon gewonnen Weil er einfach den Nuke überlebt hat Alter Der hatte so ein Glück Und ist auf den Grundstein da aufgekommen, Alter Ja Alter Das war kein Glück Das war alles durchgeplant Ja Stimmt Das ist ein absolutes Können, meine lieben Freunde Okay, Leute Ich würde einfach mal sagen Wenn euch dieses Video gefallen hat Hast du mich echt verbleidigt? Ne, war eigentlich keine War eigentlich, dass du cool bist Aber Wenn du es als beleidigung siehst Okay Dafür stirbst du jetzt Tschüss Abflug für dich Easy Oh Oh nein Nein Craft slash Craft Ah, ich sterb sowieso Nein Der hat's überlebt Nein Nein Okay, Leute Ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall ein gedingendes Liked euch Und sagen Wir schaffen doch locker die 2000 Bikes Wäre ziemlich nice Und wir es schaffen könnten Folgt mir auf jeden Fall Auf Instagram, Snapchat und Twitter Und gönnt euch auf jeden Fall Ein Abo Bei Erik natürlich Also abonniert ihn mal Und abonniert natürlich auch mich Wenn ihr das nicht getan habt Morgen ist der 12 Stunden Livestream Um 12 Uhr fängt er an Schaut auf jeden Fall vorbei Würde mich sehr freuen Wenn ihr da auch einschalten würdet Und mich unterstützen würdet Und ich würde einfach mal sagen Das war's mit diesem Video Und dann sehen wir uns in einem weiteren Teil des Videos auf jeden Fall mit euren Freunden Und schauen in der Play es vorbei Da gibt es ganz viele Lucky Dogs Videos Ganz ordentlich geschnitten in der letzten Zeit Deswegen schaut auch vorbei Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video Ciao Leute Abonniere Nicht vergessen Ciao Leute Yo So Erik Ah Erik Ey du alter Du alter Kanüle Alter Alter Schwertfisch Du gehst immer gar nicht hier Du alter Hengst Benjamin Der große Elefant Ist dem Allbekannt Benjamin Elefant Wir glauben Lego Verdienst sag ich mal Ich wollte auch nur Benjamin begrüßen Jetzt reiß dich zusammen Moin Was Mexical Premier Für Betray Quint Ich 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 Deine Vielen Dank.